Warum Clickbait-Titel scheiße sind und wir trotzdem draufklicken, darum geht es in dem folgenden Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier dreht sich alles rund ums Thema Social Media Marketing, Mindset und Business Building. In diesem Video möchte ich darüber sprechen, warum die meisten Menschen Clickbait-Titel wählen, die Videos produzieren, Filme produzieren, Content irgendwo auf irgendwelchen Plattformen und warum wir trotzdem immer wieder draufklicken. Der Punkt ist im Prinzip relativ ganz einfach. Wir haben in unserem Kopf gewisse Rezeptoren, die auf bestimmte Farben, auf bestimmte Wortwahlen eher reagieren als auf andere. Vor allem auf Worte und Farben, die in uns eher Emotionen herbeiführen. Das ist ganz einfach, weil du reagierst viel eher auf das Wort beispielsweise Tod als auf das Wort Leben. Du reagierst viel eher auf das Wort Krieg als auf das Wort Frieden. Es ist relativ simpel. Es hört sich zwar ein bisschen böse an und vielleicht auch ein bisschen verwirrend, aber wir Menschen fühlen uns viel eher von Negativität angezogen oftmals. Wir fühlen uns viel eher von etwas, das reißerisch ist, von etwas, das unglaublich klingt, angezogen, als von etwas, das glaubwürdig klingt oder von etwas, das viel positiver ist. Weil wir Menschen einfach diesen gewissen Reiz in uns haben, wie gesagt, durch die diversen Rezeptoren und verschiedenen Gehirne in uns, die immer wieder nach Dingen Ausschau halten, die gefährlich für uns sein könnten. Jetzt müsste ich ein bisschen zurückspulen, warum meine ich, dass es etwas gefährlich für uns sein könnte. Im Prinzip ganz einfach, man muss sich vorstellen, als es uns Menschen in dieser Form noch nicht gab, sondern wir Urzeitmenschen waren, Neandertaler, ging es den ganzen Tag nur ums Überleben. Das heißt, der menschliche Körper und das menschliche Reptilienhirn, und wir haben ja mega Gehirnhälften, wurde ausschließlich darauf programmiert, nach Dingen Ausschau zu halten, die uns gefährlich werden können und wie wir uns davor beschützen können. Es ist ebenfalls ganz einfach und auch bewiesen, und vielleicht hast du es schon mal festgestellt, dass wenn dir eine Person entgegenkommt, die größer ist als du oder die etwas stämmiger ist als du, dass du, egal ob du diese Person kennst oder nicht und auch nicht weißt, ob sie an dir vorbeiläuft oder nicht, dass du Angst vor der Person kriegst oder einfach schon mal in eine gewisse Abwehrhaltung gehst und einfach mal schon mal in diese kleinen Schutzmechanismen in deinem Körper angehen, weil diese Person größer ist als du, weil sie vielleicht stämmiger ist als du und du sie direkt als Gefahr wahrnimmst. Das ist etwas, das läuft unterbewusst ab. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, um nachvollziehen zu können, warum Clickbait-Titel so gut funktionieren, weil Clickbait-Titel sind im Prinzip Titel, die jedes Mal einfach total reißerisch sind, die aus der Luft gegriffen sind, die meistens nichts damit zu tun haben, was tatsächlich nachher in dem Video passiert. Aber hier kommen wir auch direkt, nachdem ich das jetzt erklärt habe, zu einem Tipp für dich, weil ausschließlich Clickbait-Titel zu nutzen, ist nicht schlimm, weil leider musst du dich in dieser großen Masse von diversen YouTubern und anderen Content-Creatern, musst du dich durchsetzen können. Und das Erste, was die Menschen sehen, ist einmal dein Titel und dein Bild, egal wo, ob es auf Facebook ist, auf Instagram oder auf YouTube. Deshalb musst du im Regelfall fast schon mitspielen bei diesem Spiel und Clickbait-Titel wählen, also reißerische Titel. Hier aber ist es wichtig, dass du trotzdem schaust, dass du Titel wählst, die zumindest zu 60, 70 Prozent nachher auch in dem Video bestätigt werden, weil die Nummer 1 Sache, worum es geht bei YouTube, ist Watchtime. Es geht darum, wie viele Menschen gucken sich wie lange dein Video an. Und wenn du feststellst, dass weniger Menschen deine Videos angucken, dann wird der Algorithmus von YouTube dich nicht pushen. Das heißt, du wirst nicht vorgeschlagen, du wirst nicht empfohlen und du tauchst in den meisten Fällen einfach nicht bei so vielen Leuten auf, wenn sie nach etwas Bestimmtem suchen. Das heißt, im ersten Moment geht es darum, so viele Menschen wie möglich durch einen Clickbait-Titel und ein reißerisches Bild dazu zu kriegen, auf dein Video zu klicken. Und sobald sie auf dein Video geklickt haben, geht es darum, dass du das, was du in dem Titel versprichst, weil die Leute klicken drauf, weil sie das bestätigt bekommen möchten, was in dem Titel steht. Und wenn du es schaffst, es ihnen zu bestätigen innerhalb der ersten 20, 30 Prozent des Videos, dann kriegst du die Menschen dazu, sich das Video auch bis zum Ende anzugucken und zu sagen, warte mal, das, was im Titel stand, hat er auch im Video bestätigt. Wenn du aber zu der Kategorie von Menschen gehörst, die nachher anfangen ausschließlich mit Clickbait-Titeln zu arbeiten, die dafür sorgen, dass die Menschen jedes Mal nach 20, 30 Prozent des Videos genervt und abgefuckt sind davon, dass du wieder die nur dazu kriegen wolltest, aufs Video zu klicken, obwohl es was langweiliges ist, obwohl es gar nicht darum geht, um das, was du im Titel versprochen hast, dann wirst du Hate abkriegen, die Leute werden negative Rezensionen abgeben und sie werden im Regelfall nicht mehr so häufig dich weiterempfehlen und erst recht nicht mehr so häufig auf deine Videos reagieren. Das war es also zu dem Thema Clickbait, warum Clickbait-Titel eigentlich scheiße sind, trotzdem aber gut funktionieren und wie du sie für dich nutzen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass dem ganzen Daumen nach oben da, teile es mit jemandem, der es unbedingt sehen muss und lass mir deine Meinung zum Thema Clickbait-Titel unten in den Kommentaren wissen. In dem Sinne, das war es von mir, dein Nick. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.